Musik 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 Dieses Jahr haben wir Weihnachten im spanischen Dorf San Mateo verbracht. Das war ein ganz besonderes Erlebnis, weil der Heilige Abend in Spanien vor allem eins bedeutet. Ein gemeinsames Happening vieler Familien zusammen mit Spaß, Musik und Gemeinschaft. Musik Ab 17 Uhr ging es los. Der Dorfplatz wurde von drei lustigen Wichteln in Beschlag genommen. Musik Sie brachten einen großen Briefkasten für die Wunschzettel der Kinder mit, denn Geschenke gibt es hier erst am 6. Januar von den Heiligen Drei Königen. Musik 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 As der Weihnachtsmann dann endlich kam, verteilte der kleine Leckereien und sammelte die Briefe der kleinen Spanier ein. Danach fand das traditionelle Weihnachtssingen statt. Mit Gitarren und Trommeln ziehen alle Durchbewohner durch die Stadt und besuchen die Krippen, die in Kirchen und privaten Häusern aufgestellt worden sind. Wer genau hinschaut, findet hier im Raum von Katalonien in jeder Krippe einen Frechdachs, der sein großes Geschäft in einer Ecke des Dioramas verrichtet. Er erinnert daran, dass Jesus eben auch ein Mensch wie du und ich gewesen ist. Spät in die Nacht ziehen die Leute durchs Dorf, bekommen an vielen Singstationen eine kleine Stärkung, Schnaps für die Großen, Kekse für die Kleinen. Es war ein ganz besonderer Abend. Wir hatten das Gefühl, dass vor allem die Freude der Kinder und das Bersammensein im Mittelpunkt stand. Etwas, was wir aus Deutschland so nicht kennen, wo sich Heiligabend die meisten Familien in ihre gemütlichen Stuben zurückziehen und alles sehr eng getaktet ist.